Da laufen schon wieder zwei Akkata! Verdammt! Ich hab' nicht erst mal heilen sollen und so weiter. Warte, ich will mal wieder meinen platzierten Angriff probieren. Und weiter. Ja, das ist klar, wenn er halt nicht trifft, ist es blöd. Das ist halt ein Risiko, wenn ich das einsetze. Sehr gut. Und was? Auch noch? Ja, guck mal hier. Gott, die ist geschickt, das ist ein Tänzer. Ich will das nochmal versuchen. Am besten Eilheilung. Ja, guck, das weiß ich. Wenn er es halt trifft, ist halt Bombe. Mega. Verdammt, die Zeit läuft schon wieder mehr davon, versteht ihr? Pfff, nochmal Magietrank. Pfff. Hart. Geil und wir gewonnen. So, erst erstmal kurz. Gut. Boah, leck. Stellt 80 wieder her. Okay, du nimmst es noch und die anderen beiden ist okay. Ach, das ist scheiße. Ich dachte, hier geht's raus. Hier kommt schon wieder zwei. Na, herrlich. Keiner muss hier da immer so vor sich hin knurren. Aber ich hasse die Kerle echt. Ich mach mal einen ganz normalen Angriff mit dem. Ob das mehr hilft? Weiß ich nicht. Bah, man. Treffer. Shit, nimm keinen Schaden. Das hilft einfach absolut nicht gegen eine ganz normale Gegner. Das hilft nur gegen Vampire. Aber wieso soll ich das hier weit machen? Das kostet nur wieder eine... Ach, egal. Ich hab mal keine Schadenangriffe, verstehe. Ja, geil. Mega. 400 Erfahrungspunkte. Tach ist Level 19 schon. Gua, wir haben ziemlich viel Geld, ey. Freunde. 26, 27, 20, 19. Oh, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Da unten. Spinnen und das sind Wölfe. Schwarzer Wolf. Allein gar nicht, das ist zu euch, okay? Schwarzen Wolf zu treffen ist nicht so leicht. Der ist flinker. Wie jetzt ein fettes Schwein. Was heißt, er heilt die ganze... Aha, er heilt die ganze Gruppe jedoch nicht im Kampf. Morgend... Morgendliche Melodie... Melodie. Ah, fuck. Ah, die Attacke ist auch gut. Ah. Was war das, ey? Sehr gut. Hm, 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 hm. Sehr gut, okay. Perfekt. Nur noch keiner. Noch keiner. 1.300 AP. Liebkreis 21. Waren das grad die Wölfe, die grad so geheult haben? Und wieso wird das hier so dunkel? Kann der Laterne hier? Hier war nix umsonst hier hochgekommen, oder was? Oh, Mann. Warte, soll ich mich irgendwie heilen, oder so? Der sieht gut aus. Ha! Vorbei! Ha! Vorbei! Da bin ich jetzt schon wieder. Da! Ochs sind die größten und beste und stärkste und hungrigste. Haha! Ihr blöden Dinger. Ich hasse euch ja. Komm hier, ein platzierter Angriff auf deinen fetten Wanzen und dann stirbst du. Achso, das hat gar nicht so gegen die gebracht. Ah, shit. Ich glaub wir müssen wieder überziehen, aber das macht nix. Ich werde unbedingt aus dieser Höhle aus noch verschwinden. Barman. Kritischer Treffer, sehr gut. 180. Ich hoffe, wir schaffen das noch irgendwie, viele Aufgaben zu erledigen. Sehr gut, ja. Es tut mir auch sehr leid, wenn wir halt die ganze Zeit hier so ein paar, ich sag mal einfach Nebenquests machen, die, ähm, die meiste Zeit. Aber ich will halt so viel wie möglich halt sehen und entdecken mit euch zusammen. Ne? Ich glaub, das, das macht's auch irgendwo auch aus, das Spiel. Diese wunderbare, große Welt. Ich frag, sollte ich mich vielleicht heilen? Ach was, das geht schon. Der Treffer ist ja tot. Perfekt. Perfekt. Ich, wir sind einfach ein super Team. Zack, zack, zack. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Puh. Keiner mehr da. Ich denke, wir haben alle. Was ist das denn alles? Scheiß, Ungeziefer. Scheiß auf das Ungeziefer. Gut, komm ich jetzt hier raus irgendwo? Da geht's noch weiter hoch. Und da geht's raus. Puh. Ich muss das mal abspeichern hier. Fuck, ey. Ich frag mich, ob ich im Inn Sachen kaufen kann. Dann möchte ich nochmal hier hochgehen. Ich möchte wissen, wer da oben ist. Was zum Teufel war das? Boah, das hat weh getan. Eine magische Wand. Ich sehe in der Zeit keinerlei Möglichkeiten da durchzukommen. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Boah. Leck. Nee, danke. Und seht ihr, wir sind immer noch dabei, diese verdammten vier Zettel zu suchen. Wir sind ja wirklich hier irgendwo noch. Scheiß Uga. Das ist doch einfach so ein dummes Schwein. Steht denn da? Nach Norden geht's zur Burg für das Herz und im Westen liegt Königsberg. Oh fuck, was war das? Habt ihr das gesehen? Mir sah nicht ganz freundlich aus. Ih, hier geht's... Soll ich auch nicht weitergehen? Ich muss vielleicht nochmal zurückgehen und mich nochmal dort ein bisschen umschauen. Es muss doch irgendwo noch was geben. Sicherlich irgendwo was übersehen. Dumm Schleimkriecher da. Ist auch nichts, auch nichts. Okay, lass uns nochmal ganz nach unten gehen. Schauen, ob wir hier was finden. Da geht's wieder zurück nach Düsterburg. Können wir theoretisch auch machen. Ein bisschen einkaufen. Wir haben bis jetzt nur zwei Steckbriefe gefunden, gell? Ja. Wo sind die anderen Steckbriefe verdammt? Das hier kein Ziel ist, das wundert mich. Na egal. 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 Da oben hab ich's ja weggenommen. Mhm. Hier ist auch nix. Okay. Ähm. Ich glaub ich geh noch... Wir gehen einkaufen. Würde ich sagen. Aber nicht in Düsterburg, sondern... Ja, halt im anderen Tal da. Ja, genau. Hier. Ostmarken. Klick. Jo, hallo. Ich hätt gern was gekauft. Boah. Nimm davon einfach ein paar Meter, ey. Ganz ehrlich. 50 Stück. Das wird reichen. Heilkräuter hab ich noch. 22... 21. Sag mal her, was du noch zu hast. Macht mich alles nur schwach, gell? Die ganze Ausrüstung, die du hast. Bringt nix. Eisenhalm kann ich verkaufen. Wolfspelze hab ich sechs Stück. Verkaufen. Kaninchenfüll. Verkaufen. Biakrug lassen wir. Bei was hab ich 16 Stück. Sehr gut. Soll ich denn... Ist ein Steckbrief verkaufen, oder was? Ne, ist glaub ich nicht ganz gut. Eigentlich müssen wir jetzt hier ne kleine Aufnahmepause machen, Freunde. Ich werd zu gern... Ah, komm jetzt. Mach doch. Geh hoch. Schau. Mach! So... Marc Rabenstein. Dam, sind alle Gegner wieder da. Wo seid ihr? Es ist ein Blatt. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Schmetterling. Pah, ich hab's doch. Mann. Ich hab's gewusst, das war kein Blatt. Ein trauriger Überrasse, eine Steckbrief. Aha! Fettes Haar. Shield. Zahnfäule, Pickel. Das ist der Anführer. Der der grausame Grandi. Er hat braunes Haar und ist total hässlich und gefährlich. Belohnung, ja. Zahnfäule? Och komm, Grandi, hier draußen in der Wildnis kommt man halt nicht so oft zum Zähneputzen. Berufsrisiko. Ich find's irgendwie niedlich, wie der Zeichner deinen leichten Silberblick hingekriegt hat. Hallo, der arme Kerl. Shield doch nicht. Jetzt haben wir noch eins. Klasse. Jetzt fehlt nur noch ein Steckbrief. Ah, wo ist das? Wo ist das verdammte? Wo ist der verdammte Steckbrief? Ich hab Angst, wenn ich jetzt nach oben laufe, dass ich dann nicht mehr zurückkommen kann. Deswegen bleibe ich auch erst mal hier. Ich weiß nicht, wie ist es? Ich glaub, hier suche ich auch schon wieder zu weit. Wisst ihr? Gut, da komm ich auch gar nicht weiter. Ich frag mich noch mal, warum ich hier hin... Ja, wegen der... Komm, ich kämpfe mal gegen den Kerl da. Mach ihn denn mal fertig. Zum Schluss. So, als letzter Gegner. Ach, du bist auch ein Penner, war ich da einfach raus? Ich glaub's ja nicht. Alles klar. Ha. Er wagt es doch noch, mich einmal anzugreifen. Tanz der Sonne! Bam! Oh, erst mal. Schwert hielt in dein Gesicht. Gewonnen! Schade, ich hab eigentlich gehofft, der hat einen Steckbrief, weiß ich. Hier ist auch nichts. Verdammt. Hm. Ich weiß nicht, seht ihr irgendwo einen? Oder könnt ihr euch vorstellen, wo einer sein könnte? Oh, Nase, bitte. Juck nicht so. Da drüben bei den Orks ging's ja auch nicht mehr weiter, ja? Ich drück auch wen wahnsinnig auf die Leertaste, damit er irgendwie auch mit irgendwas interagiert. Ne, scheint nichts da zu sein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht bei diesem scheiß Riesendämon dort hinten? Nein, hier ist auch nix. Der läuft einfach nur durch die Gegend. Ich hab keine Ahnung, wo ich gucken soll. Ich muss mehr oder weniger alles durchlaufen. Hm, nein, auch nichts. Doof. Schauen wir mal genau. Ja, laufen wir halt noch mal da lang. Vielleicht hab ich hier irgendwie was übersehen. Okay. Interagier doch mit was, bitte. Ah, hier ging's nach nach Rabenstein. Das will ich noch nicht machen. Das will ich gerade ehrlich gesagt auch erst später machen. So, jetzt warten wir mal. Jetzt gucken wir mal auch mal ganz in Ruhe von hier oben. Ob wir da irgendwer was sehen. Ne, auch nix. Absolut nichts. Hier ist nix. Nothing. Nothing. Hier ist nur der Baum. Interagieren tut er auch nicht mit dem Baum. Auch seltsam, dass halt, dass all nichts passiert. Dass sie auch nichts isst. Versteht ihr? Hm. Seltsam. Echt seltsam. Ich weiß es nicht. Boah, nun gut. Keine Ahnung, wo der letzte Steckbrief sein sollte. Jawohl. Wer sollten sie es noch sein? Er weiß doch gar nicht, dass Tarius mit dabei ist, oder? Ist auch nichts. Da hoch komme ich auch nicht. Okay. Gut, ich würde sagen, wir, ähm... Gehen wir mal zu den Kerlen. Wir sprechen sie mal ganz kurz an. Die vier Banausen. Wollen wir ihn vielleicht hier irgendwo übersehen? Ne, ich sehe hier auch nicht. Und, seid ihr bereit, finde ich geworden? Danke, wir kommen ganz gut voran. Geh du noch ein Weichen. Oh, okay. Also die sagen. Okay, er hat nichts zu sagen. Der Arme-Kerl. Ich habe keine Ahnung. Gut, äh, stellen wir uns mal irgendwo hier in Sicherheit hin. Hier. Und machen hier eine kleine Aufnahmepause. Speichern hier das Ganze ab. Wenn jetzt jemand von euch weiß, wo ich, ähm, suchen sollte. Oder, ja. Oder eine Idee hat. Oder irgendwie... ...ein Vorschlag. Bitte schreibt es in die Kommentare und ich schaue nach. Und, wie sieht es aus? Raben. Rabenstein. Sollen wir jetzt nach Rabenstein gehen? Oder sollen wir zuerst das Wirtshaus besuchen? Was sagt ihr? Schreibt es doch rein. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich lese es mir durch. Und ich entscheide für mich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.